Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Verschiebung von einem gewissen Hof-Bergmann-Projekt. Wir haben ja eigentlich geplant den Bergmann-Freitag, aber ich habe tatsächlich noch gar nichts für den Bergmann-Freitag aufgenommen, weil ich noch überhaupt keine Zeit hatte. Wir haben es jetzt 1.06 Uhr am Freitag schon und ich gehe jetzt erst ins Bett, weil ich eben so viel zu tun hatte. Wir werden das so machen, dass wir heute den Tag erstmal Pause machen oder Ruhe machen, besser gesagt, oder ich das so mache, weil ich es einfach nicht schaffe, jetzt noch aufzunehmen. Und dafür werden wir aber am Samstag voll durchballern. Also am Samstag wird richtig geballert. Am Samstag wird dann praktisch die drei Folgen Winsbach kommen und ich werde gucken, dass ich mindestens zwei Folgen Bergmann bringe. Vielleicht sogar drei Folgen, wenn es jetzt ausgeht. Muss ich gucken, wie ich Zeit habe. Aber ich werde auf alle Fälle am Samstag voll raushauen. Versprochen. Gut, das war es noch ganz kurz. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen restlichen Tag. Ich habe keine Ahnung, wenn ihr das guckt. Wir sehen uns auf alle Fälle wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.